Hallo, hallo! Heute gibt es einen kurzen Quick-Tipp. Und zwar, wie man mit einer Einstellungsebene sehr schnell Farben umfärben kann. Zeige ich ganz kurz. Und zwar geht es mir hier um diesen Federschmuck, um diese Ohrringe. Und auch die Lippenfarbe. Und zwar geht es relativ einfach in Photoshop. Und zwar wählt man sich eine Einstellungsebene Farbton-Sättigung. In diesem Fall hier wählen wir uns die Magenta-Töne aus. Und mit dieser Aufnahme-Bibette wählen wir hier mal diesen Farbton. In diesem Fall, der wurde jetzt da aufgenommen. Und mit dem Farbton-Regler kann man jetzt da die Farben ganz einfach verändern. Mit dem Sättigungs-Regler noch etwas verstärken oder entsättigen. Das funktioniert tadellos. Ein Klick, eine Einstellungsebene. Das war's. In diesem Sinne, bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal. Das war's. In diesem Sinne, bleibt kreativ. Sehr gut.